Heute wollen wir Norwegen, Schweden und Finnland voneinander unterscheiden in einer neuen Folge im Geotastik-Trainingslager. Hallo liebe Rätselfreunde hier bei Betreutes Denken zusammenrätseln statt Langeweile. Und genau das machen wir jetzt. Trainingslager heißt ja so ein bisschen selber mal reüssieren, selber sich mal, ja einfach mit ganz normalem Google Street View mal die verschiedenen Gegenden anzuschauen. Und ich habe da ein paar Sachen rausgearbeitet. Und vor allem eine Sache ist, mir neu habe ich noch nirgends gesehen, dass es jemand diesen Unterschied mal populär gemacht hat. Und das wollte ich heute tun. Ich hoffe, wir laufen an solche Schilder mal hin, um das euch zu zeigen. Generell fangen wir mal an und können uns immer anhand der Sprache so ein bisschen hervorhangeln. Hier sind wenige A's da, eher diese Bobbel über den A's. Und solche Teile hier, das ist nochmal was, worauf wir gesondert mal eingehen. Die sehen in den drei Ländern größtenteils verschieden aus. Der hier ist eher ein bisschen untypisch, aber anhand der Sprache könnten wir sagen, es ist eher Schweden. Jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter. Untermauert dieses Schild. Ja, nämlich in Finnland und Schweden sind das Innere der Schilder eher gelb. Ja, in Norwegen eher weiß. Also dieses Schild untermauert es. Dann nochmal ein Fakt, der Schweden untermauert, ist ganz eng gestrichelte Linien. Und deswegen gehen wir mal, weil alles auf Schweden hindeutet, gehen wir mal aus Schweden. Auch wenn ein Detail jetzt nicht so wirklich dazu gepasst hat, nämlich dieser Stecken, wie sagt man da, ja, dieser, ja, dieser lange Stecken, der die Straße immer noch anzeigen soll, wenn viel Schnee da liegt. Genau, jetzt kommen wir zu einem Fakt hier, das ist ganz eindeutig Norwegen. Schweden und Finnland haben beide eher blaue Schilder hier. Norwegen hat gelbe, so ein bisschen wie in Deutschland. Solche ähnliche Schilder findet man auch in Kroatien und Slowenien. Aber wir spielen gerade einen Countrystreak, wo nur diese drei Länder vorkommen, um das mal ein bisschen zu üben. Also ganz klar, Norwegen, da brauchen wir uns gar nichts anderes mehr angucken. Jetzt haben wir schon zwei Länder richtig zugeordnet. Und jetzt kriegen wir mal hier einen schwierigen Drop. Ja, irgendwie so ein bisschen vermeintlich schwierig. Wenn man sich die Höhenkarte der Länder anguckt, sagt man, dass Norwegen einfach viel mehr Berge gibt. In Schweden nur ganz begrenzt, also nur in ganz wenigen Orten. Also liegt der Schluss nahe, dass es Norwegen ist. Saufjord, also ist es irgendein Fjord. Ja, von den Häusern, das könnte jetzt überall stehen. Da kann man nicht so danach gehen, nach diesem schwedenroten Haus. Gehen wir mal ein bisschen weiter und dann finden wir noch ein gelbes Schild. Dann sollte das Norwegen sein. Drittes Land korrekt. Ja, könnte man eigentlich direkt wieder nach Norwegen. Also so kann es nur in Norwegen aussehen. Bergig in Irland sieht es teilweise auch so aus, aber nur ganz begrenzt in Norwegen schon öfter. Viele Äs auf den Schildern, spricht für Finnland. Das Innere der Schilder ist gelb, spricht auch für Schweden oder Finnland. Da haben wir noch keinen Ausschluss gefunden. Und jetzt, glaube ich, laufen wir mal hin an solche Stecken. Genau, und da gibt es gravierende Unterschiede zwischen diesen Ländern. Das gilt nicht hundertprozentig, aber wenn man diese Art von Stecken, Schneestecken sieht, nenne ich die jetzt mal, die oben ganz wenig Reflektor haben hier und sonst nur orange sind, das spricht für Finnland. Wenn zwei Teile hier vorkommen, also ein Reflektor hier und ein Reflektor nochmal hier, dann spricht das eher für Schweden. Und Norwegen hat einen Reflektor hier unten, aber breiter. Also durch diese Fakte sollte das Finnland sein, was wir auch bestätigen. Ist auch korrekt. Gut, freut mich schon mal, dass wir es gelernt haben. Dieses rote Schild sagt uns direkt, dass wir in Schweden oder Finnland sind, weil das innere Gelb ist. Diese Teile, die sieht man irgendwie mehr in Schweden, habe ich das Gefühl. Also bin ich direkt bei Schweden. Und jetzt gucken wir mal, ob wir an was hinlaufen, was ich euch unbedingt zeigen will. Das ist nämlich so ein Fakt. So Fußgängeüberwege. Jetzt, seht mal dieses Schild an von dem Fußgängeüberweg. Da muss ich mal hinzoomen. Und zwar habe ich daraus gearbeitet. Norwegen und Schweden, und jetzt haltet euch fest, haben hier, bei denen sieht das Schild genau so aus, dass hier vier Striche am Boden sind. Und wenn wir nachher nach Finnland kommen, das sieht anders aus. Da sind fünf Striche auf dem Boden. Das ist ein ziemlich random Fakt. Aber bis jetzt hat es von der Zuordnung immer gestimmt. Das heißt, wir sind in Schweden, weil das Schild gelb war. Und eben diese vier Dinger, die können nur Norwegen und Schweden sein. Also muss es Schweden sein. So, nächstes Rätsel. Oh, da kommt direkt ein Stecken. Oben hell müsste Finnland sein. Jetzt gucken wir uns mal noch die Poller an. Da gibt es nämlich auch Unterschiede. Bei diesen Teilen hier. In Finnland sind die so schräg abgesenkt. Und in den anderen beiden Ländern im Wesentlichen nicht. Also müssten wir Finnland sein. Wir haben zwei Fakten gefunden, unabhängig voneinander, die uns Finnland zeigen. Und ja, hier sieht es aus eher wie im Baltikum, ehrlich gesagt. Aber wir haben ja nur die drei Länder eingestellt. Das heißt, wenn ihr bei Finnland, weil es da schon mal ähnlich wie in Estland aussehen kann. Vielleicht kriegen wir ja noch ein kleines Detail. Die Strommasten habe ich mir noch nicht angeguckt, weil für die meisten Zuordnungen braucht man es einfach nicht. Hier, da müssen wir ein bisschen raten. Da kriegen wir kein Signal, kein Pfosten, kein Nichts. Vielleicht gehen wir noch in die andere Richtung. Genau, oder gucken, was auf dem Schild steht. Ach, das ist gar kein Schild. Da schätze ich mal, Finnland ist jetzt ein bisschen geraten. Okay, seht mal, das ist ganz in der Nähe von Estland. Das heißt, deswegen sah das so ähnlich aus. Nächstes Rätsel. Strommasten liefern uns nichts. Jetzt gucken wir mal hier, wie das Fußgängerüberwegschild aussieht. So, das ist vier Stück. Also es kann nur noch Schweden und Norwegen sein. Hier ein gelbes Schild, aber es ist ein Fahrradschild. Das will ich jetzt nicht überbewerten. Gucken wir mal. Ah, genau. Und mit der Kombination, dass dieses Schild gelb innen drin ist, kam eben nur noch Schweden dann in Frage. Wegen Fußgängerüberwegschild und diesem gelben Inneren. So, erster Blick. Könnte Schweden oder Finnland sein. Weil die Schilder in, ähm, könnte immer noch Schweden oder Finnland sein. Und jetzt schauen wir uns die, äh, Straßenmarkierung an. Wenn diese Teile wirklich durchgehend immer gestrichelt sind, und da fahren wir einfach mal ein bisschen weiter, tun uns das an. Wenn die durchgehend gestrichelt sind, dann ist es eher Schweden. Norwegen ist eh schon raus wegen dem Schild, weil das Innere weiß ist. Äh, wenn wir, also ich würde schon lange klicken in so einem Country-Battle, aber, äh, ich denke, jetzt sollte das klar sein, äh, ist Schweden, weil das die ganze Zeit, äh, eng gestrichelt ist. Ähm, so. Nächstes. Es ist gestrichelt, aber nicht eng gestrichelt. Spricht also eher für Norwegen. Ähm, aber das würde ich jetzt noch nicht klicken, ehrlich gesagt. In Finnland ist es eher durchgestrichen, aber man kann eigentlich nur sagen, eher. Äh. Eher, ja, bergigere Region. Müsste eigentlich dann Norwegen sein, weil Finnland hat eigentlich fast gar nichts Bergiges. Ähm, wenn wir zwischen den zwei Ländern schwanken, müsste das dann Norwegen sein. So, das ist eindeutig Norwegen. Seht ihr dieses gelbe Schild? Das, äh, ganz klar Norwegen. So, jetzt sind wir wieder ein bisschen in der Wallachei unterwegs, haben wir aber auch ein bisschen bergig. Ähm, spricht natürlich gleich für Norwegen. Norwegen hat allgemein ganz gute Straßen, muss man sagen. Ähm, und hier sieht man auch ein gelbes Schild. Norwegen. Norwegen. Wo sind wir denn hingefahren? Vielleicht hier irgendwas? Ähm. Hier hinten ist irgendwie schon ein bisschen bergig. Äh, aber das könnte schon Schweden auch sein. Jetzt will ich nicht wieder in die gleiche Richtung fahren, fahren wir mal in die andere Richtung. Äh, das ist jetzt ein bisschen eine schwierige Zuordnung. Weil hier keine Geschwindigkeitsschild kommt. Ah, doch, jetzt habe ich hier, glaube ich, einen zerahnt. Hier, genau, das müsste eigentlich weiß sein und dann müsste es Norwegen sein. Ja, das war jetzt ein bisschen uneindeutig. Ich hoffe, ich laufe mal an ein, äh, finnisches Fußgängerüberweg-Schild hin. Ähm, da kann man eigentlich direkt Norwegen klicken. Solche Buckel hat es, glaube ich, in Schweden nicht. So, weiter im Text. Ähm, ja, jetzt laufen wir mal an so ein Schild hin. Ja, okay, wir können aufgrund dieses Schildes sagen, wenn wir uns sonst, äh, sicher sind, dass es einer dieser drei Länder ist, können wir hier absolut sicher sein, dass es Finnland ist. Weil, wie gesagt, Norwegen, ähm, hat nur vier Striche hier. Eins, zwei, drei, vier. Und, äh, Finnland hat eben, das sieht man, einen Strich zwischen den Beinen. Ähm, das ist dann eindeutig Finnland. Das ist für so Speedrunden ist es extrem praktisch. Wenn man das sieht, ähm, Hammer. Da kann man richtig schnelle Zuordnung machen. Eigentlich sollte ich sie jetzt gar nicht veröffentlichen. Dann könnte ich das, äh, zu meinem Vorteil nutzen. Aber, ne, so will ich nicht. Ähm, will alle teilhaben lassen da dran. Ähm, so. Puh. Jetzt, äh, sind wir schon bei der 16. Runde richtig zugeordnet. Also, das Trainingslager hat sich wohl, äh, gelohnt für mich. Äh, davor konnte ich das überhaupt kaum zuordnen. Ähm, jetzt sehe ich doch deutliche Unterschiede. Vor allem, wenn man auch mal ein paar Drops gespielt hat. Äh, und da bin ich mir ehrlich gesagt unsicher, weil einfach gar nichts da ist. Wir sind mitten im Wald. Es ist schon ein bisschen bergiger, aber, pff. Das schließt jetzt... Ja, vielleicht würde ich Finnland jetzt deswegen nicht mehr klicken. Ah, da hab, das Innere von dem Schild war gelb. Und ein bisschen bergig, also muss es eigentlich Schweden sein. Ah, guck, da haben wir uns, äh, verirrt, wenn man halt gar kein, äh, gar kein Anzeichen hat für, äh, eins der Länder. Da, da wird es schwierig und so ein bisschen, ja, hier ist es ja auch ein bisschen bergig hier in dem Bereich. Ähm, genau. Aber 16 Länder erstmal richtig zugeordnet, bevor man gefehlt hat, ist eigentlich schon ganz gut. Also darf ich nochmal zusammenfassen. Ähm, achtet auf die Fußgängerüberwege. Norwegen und Schweden haben vier Striche beim Fußgänger und Finnland hat fünf Striche. Ähm, bei den Pfosten, die den Schnee anzeigen, hat, ähm, Norwegen einen Strich, äh, einen Reflektor in der Mitte. Ähm, Schweden hat, äh, zwei Reflektoren und Finnland hat einen kleinen Reflektor ganz oben. Ähm, bei den Pollern, ähm, da hat auf jeden Fall Finnland, äh, so schräg abgestufte, wo der Reflektor dann innen drin sitzt. Ähm, und Norwegen und Schweden schaut auch verschieden aus. Ich gebe euch mal die Seite Geotipps, da könnt ihr das nachgucken. Und der letzte Tipp ist, dass, äh, Schweden und Finnland, äh, dass in den Schildern eben die Farbe gelb vorkommt. Zum Beispiel im 60er-Schild ist diese Fläche dann gelb, steht 60 drin. Und in Norwegen ist das Innere in einem Schild weiß und dann steht 60 mit schwarzer Schrift drauf. So, das war so die Zusammenfassung. Ähm, genau, eines, ein Fakt ist noch, äh, dass, äh, man Schweden an den eng gestrichelten Linien ganz gut erkennen kann. Und Norwegen eher an den guten Straßen, aber das kann man so pauschal eigentlich. Auch nicht unbedingt sagen. Wenn dieses Trainingslager euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da, abonniert mich, äh, mit Glocke. Äh, ich bin raus für heute. Macht's gut. Und... Tschau. Musik Untertitelung. BR 2018